Also Sebastian, was machst jetzt du eigentlich? Was? Was mach ich? Ja, weil du das oder du das nicht? Du das oder du das nicht? Ja. Im Grunde hätt ich mir schon was ausgedacht. Ich mach den E5. Na, was? Du willst die Alpen überqueren? Zu Fuß? Das ist ja ein neues Tränker hier. Was lacht sie jetzt? Du lacht mich. Wir glauben das. Was? Ja. Das finde ich gut. Er ist auf meiner Seite. Er ist auf meiner Seite. Kennst du den neuesten, kürzesten Witz? Wenn Sebastian E5 sagt. Also, völlig wurscht. Völlig wurscht, wie pflegelhaft die da sind. Der E5 steht. Aber die Frage ist natürlich. Tut das oder tut das nicht? Das finde ich selbst. Nun máquinas strong eine Frage 1 im Training. Das werde ich jetzt auf der Straße vorsehen. 隻gegnPlay杯. Leili dough.